Hallo, ich bin Ike Tan, ich bin 34 Jahre alt, komme aus Dortmund und ich betreibe eine Musikschule als Keyboard- und Klavierlehrer und ich bin Hochzeitsmusiker und spiele in einer Band. Ich habe mit fünf Jahren angefangen Orgel zu spielen und bin dann sehr früh mit sieben oder mit acht auf das Keyboard umgestiegen und habe dann dort meine ersten Erfahrungen gesammelt. Professionell mache ich das, seitdem ich 16 bin. Ich habe mir während des Abiturs habe ich mir einen Terros 3 gekauft und damit habe ich meine ersten Erfahrungen im professionellen Bereich gesammelt. Ich habe dann meine ersten Hochzeiten begleitet und viele Geburtstagsfeiern gemacht. Vor zehn, elf Jahren haben wir ein Trauzimmer gegründet im Schloss und dort finden jetzt standesamtliche Trauungen statt und die begleite ich regelmäßig. Während des Studiums habe ich außerdem eine Musikschule gegründet. Dort unterrichte ich Keyboard- und Klavierspielen. Wir spezialisieren uns hauptsächlich auch auf Yamaha-Instrumente, weil wir zum Beispiel da die AI-Fingered-Funktion sehr gerne benutzen und das gehört einfach für mich dazu. Eine Ranger Workstation nutze ich am liebsten, um Kunden einen Song vorzuspielen, weil ich innerhalb von wenigen Minuten eine Vorstellung erzeugen kann, wie das Stück am Ende klingen wird. An der neuen PSR-SX-Serie gefallen mir vor allem die Super Articulation 2 Voices und die neuen SA Plus Voices. Außerdem freut es mich total, dass wir jetzt mit Style Dynamic Control die Möglichkeit haben, den Style bis ins kleinste Detail zu steuern.